Ja, okay. Nochmal Blackboard, ey, sag mal. Ist das immer noch blockiert? Natürlich. Immer noch? Jo. Nein, das ist tot. Tot. Ah, Aspetpo ist ja noch gar nicht richtig hinüber. Was ist das? Ja, ähm. 20? Komm, nein. Ich wollte das eigentlich gar nicht nehmen. Ich wollte eigentlich Dave nehmen. Oh, jetzt kriegt der erstmal einen rübergebraten, ey. Nicht töten, nicht töten, nicht töten, nicht töten, nicht töten, nicht töten, nicht... Dankeschön. Äh. Oh, ich bin ja so neidisch. Okay. Jetzt kniesel ich mich hier wieder durch. Wenn ich andere Zubat kämpfe, wollte ich sagen. Zufallskämpfe, komm. Nein, ich möchte nicht gegen Zubat kämpfen. Ich bin froh, wenn ich gleich den einen Typen da draußen besiegen kann. Ich bin froh, wenn ich die Zubat kämpfe. Ja, ich bin froh, wenn ich die Zubat kämpfe. Nein. Nein. Waren hier noch irgendwelche Hayo... Die haben wir? Hayo Pais. Ich muss eigentlich nur draußen diese einen Typen da besiegen. Und ich hoffe, dass da ein Pokémon-Center ist. Ne. Das hier? Fällst du mit. So, oder komm ich hinter dir lang? Ja. Tritt sich immer um, der... Meine Priester. Wo ist das denn da? Silphscope. Macht das Unsichtbare sichtbar. Silphcope. Pokézinter. Was ist das für eine komische... Bodendinges. Willkommen im Pokémon-Center. Klar, ja, das haben wir schon tausend Mal gehört. Warum will ich das wieder vorlesen? So. Dankeschön. Ja, ja. Ja, 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 ja. So, jetzt kannst du mal... Jetzt kannst du mal hierher... Hier, hier. Drangosso trägt auf dem Kopf eine Schädelmaske. Wann zahlt er für eine Menge Geld? Achso. Dann guckst du die Wand an. Team Rocket würde für Gold alles tun. Weg. Ich habe gesehen, wie Drangosso Mutter vergeblich versuchte, Team Rocket zu entkommen. Gut. Ah! Eben, die Musik war falsch, als ich hier hingekommen bin. Das ist die creepy Musik. Die kleine Killie, die sie in den Tod getrieben haben. Hat... Ach, ich kriege Gänsehaut von. Das hört sich so ekelhaft an. Wie lebt das? So. Machen wir erstmal die Heidi's hier in dem Tunnel fertig. Der steht hier wieder so alleine rum, ne? Top-Ater. Einfach Sachen anklicken, die ganz alleine dagegen rumstehen. Ah. So. Ich muss mir Kappen in Auge reiben. Meine Fresse. Boah. So. So. Magnetilung. Okay. Was haben wir denn hier links noch? Nichts mehr. Das heißt, wir haben nur noch diese drei, zwei, drei Fuzis, die da drüben stehen. Dann haben wir den ganzen Kack hier. Den ganzen Tunnel platt gemacht. Mit fünf Anläufen. Aber ich muss die besiegen. Das kann ich heute noch nicht schlafen. Das war hier ohne nix mehr, ne? Warte, nur... Ja. Sinnlos verbrauchter Platz. Zubat. Zubat. Weil die Weibers haben, glaube ich, nicht so schlimme Pokémon. Du besitzst Pokémon! Lass uns kämpfen! Natürlich! Ich werde ja auch immer gefragt, ob ich kämpfen will. Oh, vier Stück. Ein Taubsi. Das ist schön. Könnten wir vielleicht sogar One-hitten. Jetzt ist mir wieder kalt. Warum? Wir sind 19 Grad immer im Zimmer. Okay. Ein Radfratz. Nö. Oh, er hat bestimmt Hyperzahn, oder? Nee, ich will nicht, dass er das Hyperzahn hat. Teckel geht daneben. Das ist schön. Noch ein Radfratz. Level. Und es ist hier wieder. Bitte kein Hyperzahn. Hyperzahn ist nämlich Mega-assi. Ist nämlich Mega-assi. Ich weiß nicht, ob hier ruckzuck hier besser wäre. Ich weiß nicht, wie viel das abzieht. Das ist Level 26. Das ist Level 26. Das, was ich eigentlich vorhatte mit Dennis. Donnerblitz. Hast du doch schon, oder? Oder ist das auch sowas wie Donnerwelle? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob wir hier was Schönes erlernt haben. Okay, das macht auf jeden Fall Schaden. Das ist schön. Attacken, die Schaden machen, sind toll. Aber die dauert so lange, bis die fertig ist. Das ist... Das ist... Das ist mir verarschend. Warum hat das vorhin so viel... Fick dich, Knofenzer. Tricks viel. Du bist ein harter Brocken. Ja. So, jetzt muss ich erstmal Dennis wieder heilen. Mann. Item. Hab ich überhaupt noch... Gegengift. Zwei Stück sogar noch. Sehr schön. So. Sieh jetzt noch, und dann müsste es eigentlich alles gewesen sein. Huch, komm mir im Dunkeln bloß nicht zu nahe. Es ist hell. Nur du bist nah an mich gekommen. Zwei. Ein Knofenzer. Level 22. Eigentlich müsste ich jetzt die Texte holen, aber ich hab keinen Bock schon wieder zum Wechseln. Oh. Aber paralysiert. Aber paralysiert. Schön. Weil wir oft mit deinem Kackwickel da... So, hier. Glutexo. Los. Was? Och, Mann. Muss das sein? Ey, das geht ja so tierisch auf den Sack. Hier. Brennundrecksvieh. Kann ein Pokémon zwei Status-Werte-Status-Dinge haben? Ist das möglich? Ein Pipi. Pipi. Nein. Pipi soll brennen. Powerlocke. Och, nicht so geil. Oh, dann wollen wir gleich mal zerschneiden. Das ist wahrscheinlich schon besser. Och, ich muss niesen. Ach. So. Ähm. Genau. Zerschneider wollte ich machen. Ja, schön, dass ich immer noch vergiftet bin. Och, för mal mit deinem Kackhäuter auf. Oh. Ich glaub, bei Pflanzen-Pokémon ist das Zerschneider, glaub ich, ganz gut. Würde Sinn machen, weil ich damit Bäume kaputt mache. Och, Leute, das ist nicht euer Ernst. Och. Ja, ich weiß, dass ich vergiftet bin. Ah. Mann. Joa, du Plexi. Genau. Ja, ich dachte, das wird mehr abziehen. Ja. Zweimal getroffen. So. Es war zu dunkel.